Ich freue mich, dass 17 sächsische Firmen hier zusammengefunden haben, um nicht nur ihre IT-Kompetenz deutlich zu machen, sondern dass mit IT Sachs hier auch ein Modell ans Leben gekommen ist, wo wir deutlich machen können, wir haben auch Prozesskompetenz, wir können uns so organisieren in Sachsen, dass wir auch in der Lage sind, im Verbund große Themen mit aufzunehmen und ich denke, das ist ein Modell, was sicher auch sehr stark nach außen strahlen wird.